So meine Leute, Willkommen bei Momba Flair und ich will mal sagen, ich habe gerade hier so ein richtig abgefucktes Spiel gehabt und ehrlich gesagt ging mir das so richtig auf die Eier. Nur, dass ich jetzt sage, dass ich die Hürde gleich mal so richtig voll machen möchte, also ich erinnere natürlich das Tor von dem Gegner und hoffe, dass ich das hier jetzt gleich mal hinkriege, wir starten jetzt und ich spiele mit Real Madrid, Klassico, nee FC Bayern München, alles klar, ist auch eigentlich mein Team. Ich spiele aber auch gerne mal mit anderen Mannschaften und ich will mich jetzt hier nicht mehr so austenzen lassen. Ach nee, Mann ey, das ist doch echt, wie würde ich sagen, die rote Kappe, passt das, geht ja. Und ich habe gerade hier 100 Meter gehalten, in meinem Spiel aber gut. Jetzt wird es glaube ich nicht ganz so einfach. Soll es. 1-0, weiter geht es. Schon sauber, seh dreckig. So gut gemacht. Können wir jetzt wahrscheinlich noch dreimal sehen, oder auch nicht. Eigentlich will ich auch gar nicht grätschen, weil da sowieso mal sehr gefährlich ist. Aber manchmal steht der dann so scheiße, dass man auch gar keine andere Wahl hat, den umzuhauen. Mehr oder weniger. Okay, da weiß einer nicht was der andere will. Und wer weiß auch nicht was er machen will, stellt sich da. Oh Mensch, er hat mich wieder so fiesfest gehalten. Dann verliere ich natürlich auch ein bisschen Anzug zum Tor. Was ist das denn für ein platter Schuss gewesen? Mal kaputt. Ist immer noch abgefälscht gewesen, dann hätte ich jetzt allerdings nicht gerechnet. Jetzt vielleicht mal. Ich bin noch abgefälscht. Okay. Jetzt also ganz ehrlich, lässt du mir jetzt mal noch ein paar Meter laufen und pfeift erst dann. Ja, ich kann ja sagen, also ich finde so ganz, ähm, wie haben die das hier nicht gemacht. Hier, einmal zu mir den Ball bitte. So, jetzt vielleicht mal... Ich hab' schon fast gedacht, dass er wieder pfeift. Ah, dann macht er da einen geilen Pass. Ja, war schon nicht schlecht gemacht, ey, dass er den Ball dann immer so genau so mitnimmt und dann immer bekommen hat. von meiner Nesse schon mal rein gekommen, aber das in der Ferne wollen wir sagen, aber, ähm, ja, sagen wir mal so, es hat gepasst. Ich weiß nicht, was nicht passt, denn wir haben den Echsten gepasst. Es hat sich mal gut geklappt. Ich habe überrufen, wir haben unsere Nappel wieder am Kultipolbedarf und wir machen ein paar Points, wir waren jetzt hier wohl, die wir bekommen. Ja, da steht noch keiner. Man kann nicht mehr in der Reise... Juuuuuuuuu! Da ist das Ding gleich mal wieder umgedreht, das Spiel. So gefällt mir das. mit der Hecke noch kein Problem, weiter geht's. Deswegen fällt mir auch der Unternehmensprogramm ein bisschen weiter. Was? Den muss man nicht gepacken, oder? Das Ding ist auch, wenn er immer klug genug ist, denn ist die Aktion mehr oder weniger schon ausgeführt. Und dann einfach wieder umzudrehen, hätte ich fast mal gesagt, weil da musst du halt irgendwie schneller nochmal auf den anderen Button drücken. Ja, jetzt läuft er. Schade. Ach Gott, warum schieße ich denn da nicht, Mensch? Ja, er will ja auch den Ball ins Tor tragen. Es nervt schon. Ja, sehr gut. Gut gekämpft. Gut gemacht. Hopp, hopp, hopp. Und wieder Ballbesitz. Sehr gut. Und so kann man das machen. Joa, Alter. Vielen Dank auch. Schade, damit haben wir ja gar nicht geregnet. Aber, ja, eigentlich, äh, war das nicht gut. War das nur ein Foul oder nicht? Da hätte man vielleicht noch ein Stück noch auf ihn wieder zu gewinnen, aber... Ja, schade, wäre ja richtig kennendes Tor gewesen. Ja, das sah schon, äh, nicht schlecht aus. So. Wir gucken jetzt. Wir haben unsere Zeit. Dann werden wir gleich mal rein. Steckt da gleich durch. Ja, versucht er sein Glück mal. Hätte er auch Schied gehen können für mich, weil er toll ist. aber ziemlich weit vorne war. Aber... lang genug. Der Kassier ist es trotzdem noch richtig guter Torwart. So, jetzt bringen wir hin und da. Wir müssen uns erst überlegen, wenn du ihn da gleich reinbringen willst. Einfach rein und fertig. Dann rutscht er wieder noch raus. Ja, ich krieg dir die beiden rein. Ich nehme gleich mal. Ja, ich krieg dir die beiden rein. Ich nehme gleich mal. Ja, hm, genau, richtig. Äh, fast getroffen waren nur 50 Meter am Tor vorbei. Die erste Halbzeitraum, okay, alles klar können wir sagen. Ah, Dominanz. Na ja, gut. Der Ball ist jetzt bei den anderen. Können wir auch nicht mit Dominieren so sein, wie ich dachte. Aber die Einde wollte ich gar nicht wechseln. So, zack, geht gleich weiter. Ja, da läuft noch keiner mitkollege. Kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen. Und dann im richtigen Moment dann mal versuchen wir in den Wald. Ja, ist klar. Ja, freundlich auch mal ruhig, dass ihr noch einen Ball abgewehrt habt. Ecken hasse ich aus dem Grunde, weil ich die Ecken oder die Koffer in der Mitte dann auch immer gern mal verliere. Weiß nicht mal, dass ich auch immer das Kreifen hier aufdrehe. Jetzt mal spielen. Okay, alles klar. Jeder, den wir hier haben, hat jetzt noch mal ein bisschen für Aufsehen gezeigt. Ja, entschuldige mal. Oh, nein. Oh, nein. Wir gucken uns ein bisschen hinten rum. Oh, der Ball dann wieder ein bisschen zu kurz. Ich konnte den Ball auch nicht mal mitnehmen. Schade. 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 Schade, komm mal ran. Wollen wir den hier machen? Ach, schade. 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 Sah gut aus. Kann man machen. Muss man aber nicht an der Stelle. So, eins. Okay, alles klar. Es ist nicht immer einfach dann wirklich den Trick zu machen. Ja. Sehr gut gekämpft. Jetzt aber mal wieder. Uuuuh. Uff. Der Schoff war auch nicht von schlechten Eltern. Nein. Das wird doch nix, ey. Das ist aber auch nicht. Ich bin da noch schön hinten rum mit dem Ball handen schippen. So, alles klar, und wieder Ball besetzt. Ach komm Mensch, aber so gut herausgespielt, versteh gar nicht, warum der Dena jetzt nicht Was macht er hier? Ronaldo, Fliegen, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo kann alles sein. Alles gut, der Flitzer hier. So wird das aber auch nichts. Wenn wir mal jetzt sehen hier, Wolfsburg spielen das nochmal über das dritte Tor, das machen wir mal ganz schön. Ach, schade, wenn er hergekommen wäre, würde ich jetzt mal vage behaupten, dass das Ding dann auch reingeht. Oh, Mensch! Das ist genau so, was ich sage. So zu oben ist das Ding einfach, dass er das Bein raus macht und dann ist es gleich immer voll. Na gut, okay. Sollte man nicht meckern. Das war einfach jetzt ein Dummer, jetzt nur so zu lang machen. Ich bin mir bestimmt, dass er den Schiss hier in den ersten geschossen hat. Also das heißt, er kann ja aus rechts. Haha, das ist richtig. Allerdings ist es im Zufall rechts. Eher richtig in die Karpaten geschossen. Ah, Leute. Okay. Ja, schöner Tunnel war dabei. So kann man eigentlich auch sehen. Danke. Ja, entschuldige mal. Das kannst du jetzt auch feiten, Kollege. Ja, entschuldige mal. Das kannst du jetzt auch feiten, Kollege. Ja. Ja. Ja, gibt da noch eine Karte hinterher? Ja. 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 Ja, das war schon nicht schlecht aus. Ja. Ja, alles geil. Aber, boah, mach mir das dann auch nichts. nicht so mein freund nicht so ich meinte nicht so einfach hier so, gut geklärt okay, alles klar, werde ich vielleicht auch noch ein bisschen besser entgegen werden also, ja, aber ich neige da noch jetzt aber nee, ist er kein Tor, er freut sich, er ist angepfiffen okay, alles klar das ist eine mega Bezügerung, ja komm schon, komm schon, komm schon, nein nein oben hier im letzten Lärm, ja kauf dir mal die Haare das wär jetzt schon gewesen, ja nach der Zeit macht er das Ding, ey ich glaub ich spinne man kann mal alles nicht wahr sein ich kann noch mal die Haare kann noch mal die Haare warte im letzten Winniot, Nummer 31 Bastian Schweinschneider ne wow, das war die letzte Züge von Neukia alles klar, da haben wir es 2-2 Vielen Dank für's Zuschauen!